Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Aber es kann auch sehr gut sein, dass es einigen von euch gerade nicht gut geht, auch vielleicht gerade an diesem Montagmorgen, vielleicht aber schon länger nicht. Viele Menschen leiden und die dunkle Jahreszeit bringt für manch einen auch zusätzliche Leiden und Herausforderungen mit sich. Ich möchte heute eine neue Andachtsreihe starten, die den Titel trägt, Gedanken eines Leidenden. Und auch wenn du vielleicht denkst, es betrifft dich jetzt nicht direkt, vielleicht betrifft es dich indirekt. Vielleicht hat Gott Menschen, die leiden, in dein Leben gestellt, damit du für sie da sein kannst. Was leidende Menschen immer brauchen, ist auf der einen Seite Beistand und Mitgefühl, aber sie brauchen auch göttliche Wahrheit. Und beides beabsichtige ich, mit dieser Andachtsreihe auch mitzugeben. Einblicke in das Leben bzw. in die Gedankenwelt von Hiob sind sehr, sehr wertvoll. Hiob hat so stark gelitten wie kaum ein anderer Mensch. Ich ohne Grund spreche mir bis heute von Hiobs Botschaften. Hiob war ein reicher, ein angesehener Mann, ihm ging es gut und plötzlich auf einen Schlag hat er so viel Leid erlebt. Sein Besitz weg, seine Kinder, alle auf einmal gestorben. Seine Frau wendet sich gegen ihm und seine Gesundheit ist auch plötzlich weg. Er ist zutiefst krank und leidet auch körperlich. So eine geballte Ladung an Leid auf einmal ist heftig. Und in den Kapiteln ab Kapitel 3 bekommen wir mehr und mehr einen Einblick in die Gedankenwelt von Hiob und auch in seine Gefühlswelt. Das ist ein Dialog mit seinen Freunden, die zunächst einmal gute Seelsorger waren, solange sie geschwiegen haben. Da waren sie sieben Tage einfach nur bei ihm. Aber da, wo sie angefangen haben zu reden, da nahm das Unheil sein Lauf und Hiob bekommt von seinen Freunden auch noch Anschuldigungen. Aber immer wieder antwortet er drauf und nimmt sie und damit auch uns als Leser hinein in seine Gedankenwelt. Es sind die Gedanken eines Leidenden. Mit der heutigen Andacht möchte ich auf den ersten Gedanken eingehen. Der erste Gedanke lautet, mein Albtraum ist Realität geworden. In Hiob 3 Vers 25, da heißt es, denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und wovor mir bangte, also wovor ich Angst hatte, das kam über mich. Mit anderen Worten, mein Albtraum ist jetzt Realität geworden. Vorher schon, bevor das Leiden eingetroffen ist, hatte Hiob also immer wieder mal ein Albtraumgedanken, das wovor er sich gefürchtet hat. So etwas gibt es immer wieder auch in unserem Leben. Es gibt Schreckensszenarien, die wir uns lieber nicht ausmalen wollen, die aber ab und zu in unsere Gedankenwelt hineinkommen und wir hoffen, dass genau das nie eintritt. Wir haben Ängste, wir haben Sorgen. Allein der Gedanke, ich könnte vielleicht auch irgendwann Krebs bekommen, der kann einen auch schon mal aus der Bahn werfen. Es sind Horrorszenarien, es sind Albträume. Und dann sagt Hiob, genau das, wovor ich Angst hatte, das ist eingetreten. So etwas kann es natürlich geben. Es muss aber nicht immer dazu kommen. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Weil Menschen, die mit Ängsten zu kämpfen haben, da wird die Angst auch häufig gesteigert. Allein schon durch meine Aussage, mein Albtraum ist Realität geworden. Das kann die Angst jetzt steigern bei einigen Leuten, dass sie sagen, oh nein, ich habe Angst um meine Ehe, ich habe Angst um meine Gesundheit. Also wird das eintreffen, weil ich davor Angst habe. Nein, nein, ganz sicher nicht. Das ist kein Automatismus. Aber dadurch, dass Leid in einer gefallenen Welt Realität ist, dass es uns treffen kann, das bringt es eben auch mit, dass wir manchmal genau das erleben, was eigentlich auch unser Albtraum war. Dass das eintritt. Das hängt damit zusammen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Dass wir die Leiden der jetzigen Zeit erleben. Aber bitte glaub nicht der Lüge, dass alles, wovor du dich fürchtest, auch immer eintreffen wird. Das stimmt nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Dazu gibt es zu viele Gegenbeispiele, sowohl in unserem Leben, aber auch in der Bibel. Eine Angst wird nicht immer Realität. Ein Albtraum wird nicht immer Realität. Aber wenn dich Leid trifft, dann ist es öfter mal genau das, was du zuvor als Angst erlebt hast, als Schreckensszenario. Und Hiob nimmt uns hier hinein in seine Gedankenwelt und sagt, mein Albtraum ist jetzt Realität. Der Unterschied ist, ich kann nicht mehr aufwachen und dann ist es vorbei. Es ist jetzt meine Lebensrealität. Das ist ziemlich ernüchternd, aber vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, die das gerade empfinden. Leidende Menschen, die immer einen Albtraum hatten und der ist jetzt eingetroffen. Sie brauchen unser Mitgefühl. Sie brauchen unseren Trost. Sie brauchen einfach mal unseren Beistand. Vielleicht bist du persönlich betroffen und sagst, ja, das ist genau mein Punkt. Ich habe mich immer davor gefürchtet. Das war mein Schreckensszenario, mein Albtraum und jetzt bin ich mittendrin. Weißt du was, ich möchte dir Mut machen. Hiob, als er das hier sagt, er schildert seine Empfindungen. Ja, und das macht die Bibel so alltagsnah. In der Bibel werden uns Gefühle und Gedanken geschildert von Menschen, die leiden. Aber Hiob hat nicht das ganze Bild gesehen. Er konnte es nicht sehen zu dieser Zeit im Leid. Aber es gab einen Plan dahinter. Und Bibelkenner, die wissen, wie das Buch Hiob endet. Gott hat ihn da herausgerissen. Der Albtraum, der in deinem Leben Realität geworden ist, der muss nicht das letzte Wort haben. Es muss nicht die Realität in deinem Leben bleiben. Ja, es ist so, wie du dich gerade fühlst. Aber dahinter steht ein Gott, der eine gute Absicht mit deinem Leben hat, der dich führen will. Auch wenn du ihn jetzt nicht siehst. Hiob hat es noch nicht gesehen. Am Ende des Buches bekommt Hiob Gott zu sehen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, auch in diesem Leid, in diesem Albtraum der Realität geworden ist. Halte an Gott fest und vertraue auf ihn.